Ja, der fehlende Heckscheibenwischer wird beim IONIQ 5 tatsächlich heiß diskutiert. Und zwar ist es so, dass Hyundai einen sogenannten Airwiper eingebaut hat und der soll den klassischen Heckscheibenwischer ersetzen. Dazu hat Hyundai einen Dachkantenspoiler installiert, der die Luft so verwirbeln soll, dass Wasser und Staub einfach weggeweht wird. In der Theorie klingt das ja ganz cool, in der Praxis funktioniert das jedoch leider überhaupt nicht.